ja willkommen hier zu diesem ganz kleinen video und ja ist was kleines oder großes passiert soll ich einmal ganz kurz zeigen ja so geht um mein monitor ist ein bisschen im arsch wenn ich jetzt mal anmache und ich mache hier mal gleich was sehr spannende sehen naja mehr oder weniger ja wenn jetzt mal angeht hier sehen wir da ist ein bisschen was schief gelaufen weil weiß ich nicht machen ist jetzt aber auch nicht so wichtig auf jeden fall ist man nicht vor dem arsch und deshalb habe ich jetzt nur noch den hier und das natürlich jetzt kein prachtstück und aufnehmen geht das schon mal sehr schlecht drauf und naja ihr seht der ist ja im arsch und deshalb kommen jetzt in den nächsten drei vier tagen auch keine videos vielleicht erst mal das mikro jetzt ist es der monitor aber naja was da passiert ist das weiß ich selber nicht so genau aber na ok